Das ist bis jetzt das romantischste, was du mir je geschenkt hast. Guten Morgen, alle zusammen. Wir haben gerade einen Schock gekriegt. Leni ist nicht da. Hast du draußen was gesehen, was du nicht siehst? Das war bestimmt irgendwas, ne? Und dann hast du dich schnell versteckt. Aber jetzt kannst du rauskommen. Wir sind da. Jetzt habe ich gerade mal in der Taschenlampe geguckt, wo sie ist und sie sitzt unterm Sofa. Aber sie kommt nicht raus. Das kann sein, dass sie irgendwas draußen gesehen hat. Dann hat sie immer Schiss, auch wenn es klingelt oder so. Dann ist sie sofort unterm Sofa verschwunden. Oder war das Eichhörnchen hier vor der Tür? Nee. Nee, hier liegen zwei Nüsse hier noch. Das sind aber die von da oben vom Zaun. Die habe ich nur hier vorne hingelegt. Die haben sich nämlich da oben schon Nüsse weggeholt. Das waren schon Eichhörnchen da. Leni, komm raus. Wie kommst du denn raus? Pipi, Mau. Ja, jetzt machen wir uns gleich erstmal Frühstück. Alles ganz schön in Ruhe. Haare habe ich ihm gestern geschnitten. Er sieht wieder aus wie ein Mensch, ne? Ich sah noch nie aus wie ein Mensch. Doch, jetzt siehst du wieder sehr, sehr gut aus. Kugel? Ich bin beschäftigt. Kugel, was ein feiner Boy. Ich bin beschäftigt. Nun komm doch jetzt da drunter weg. That is my boyfriend. Ich mag das hier überhaupt nicht, wenn du da unten drunter... Nee, vor allem, wenn man nicht weiß, was sie hat. Hä? Komm her. Kann man das nochmal in voller Pracht bestaunen? Habe ich das nicht toll gemacht? Muss mich ja mal selber loben, ne? Ich habe es auch dieses Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, besonders gut hingekriegt. Auch hier diesen, ähm, wie nennt man das? Abschnitt hinten. Ja, 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 ja. Nee, ja, ja, ja. Ja, dann lasse, dann wird sie gleich bekommen. Schon wieder ein Rubbel los? Lalalala. Schon wieder ein Rubbel los? Ja, ist doch gut. Ich teile deine Spielsucht, deine Mittelschwere nicht. Ich würde mich immer freuen über ein Rubbel. Ich hatte nur fünf Stück oder so. Ja, das waren auch fünf zu viel. Ja. Madame ist auch wieder da. Sie hatte wohl vor irgendwas Angst, was draußen passiert ist. Weil sie geht nicht mehr zum Fenster. Da war irgendeine freche Katze. Komm, Leni. War da eine freche Katze? Ihr Blick, ne? Sie ist die ganze Zeit auf Anspannung. Oder hier ist eine Maus drin. Nee, nee, dann werde blicken anderer. Hier, sie bleibt immer in Sicherheit. Ja, leg dich hin. Ja, super. Ja, lang machen. Was ist denn passiert, mein kleiner Engel? Jetzt ist doch wieder alles gut. Da war bestimmt eine böse Katze und die stand draußen und hat gefaucht. Wie ein Maulwurfen. Ne? Alles gut. Dann rubbeln sie mal. Schauen wir mal. Rubbel die Katze. 20. Rund 3.000. Nee. Okay, so, ich bin dran. Aber man muss ja dazu sagen, wir haben 8 Euro gewonnen. Wow. Wir haben ja nicht jeden Tag gefilmt. Wow. So, das haben wir hier schön. Meine Kamera ist übrigens kaputt. Die filmt nur noch über Kopf. Also, falls ihr uns mal nicht ganz seht, dann... Wir können uns nicht mehr selber sehen jetzt in der Kamera. Wir können uns sehen, aber über Kopf. Ich wusste, dass wir noch so ankommen. So, jetzt kann ich nicht mehr. Ist da etwa Lorf im Leben? Schatz. Nee, jetzt... Ich brech zusammen. Liebe ist... Du und ich. Das ist bis jetzt das romantischste, was du mir je geschenkt hast. Guck ich, wie sie gucken. Nee, das rahm ich mir ein. Und so... Nee. Wieso kannst du es denn immer nur so zeigen? Sag doch einfach, ich liebe dich, Schatz. Dulli aus dem Bulli. Hast du eine Freundin? Mh, da hinten wohnt die. Hahaha. Hahaha. Und was gibt's hier zum Frühstück? Rühreis. Leider hab ich keine Peperoni. Das war sehr lecker. Also ich esse ja nie Rühreis. Und mit Peperoni, das war wirklich ein Genuss. Ja. So, ich esse gleich da am Tisch und Manuel isst auf dem Sofa. Eigentlich das gleiche Budget immer. Ne? So was kann ich morgens nicht essen. Dann gibt es gar nichts. Ich brauch immer mein Brötchen. Genau. Ich hol sie jetzt raus, wenn sie weich sind. Ne? Weil ich muss auch noch Brötchen schmieren und so, sonst muss ich sie gleich wieder haben. Liebe ist, an getrennten Tischen zu essen. Ja, wir können vorbei ist. Du und ich. Live-Action-Modell, das war's. So, ich werd dann jetzt erstmal das Chaos hier beseitigen. Alles schön aufräumen und dann muss ich gleich Nudelsalat machen für morgen. Genau. So, jetzt hab ich den PC aber nochmal angeschmissen. Muss noch ein Video hochladen von gestern. Das konnte ich nicht machen, wenn Manuel am Streamen war. Und das hat die Leitung nicht ausgehalten. Darum lade ich das jetzt hoch. Und dann wollte ich das hier mal ausprobieren. Das hab ich mir bestellt. Nagelfolien von Miss Sophie. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich glaub nicht, dass das klappt. Aber ich bin mal gespannt. Jetzt ist gerade noch mein Topcoat angekommen. Den braucht man ja noch dafür. Eine Glaspfeile habe ich mir bei Kaufland mitgenommen. Habe ich hier wieder Unmengen an Geld ausgegeben. Für wahrscheinlich nichts. Aber vielleicht klappt es ja. So, hier ist der Topcoat. Was werde ich dann gleich machen, wenn ich alles aufgeräumt hab und den Salat gemacht hab. So, ich fange jetzt an, Nudelsalat zu machen. Nudelsalat. Wasser kocht gleich. Dann nehme ich immer, aber wirklich immer, diese Nudeln. Das sind die leckersten. Und bei uns ist der Nudelsalat ganz traditionell. Bloß keine Mandarinen und Mais, wollte ich gerade sagen. Erbsen da mit rein. Das mag ich gar nicht. Bei uns kommen nur Gurken rein, Zwiebeln, Schinken, Fleischwurst und Mayonnaise und Salz und Pfeffer. Das war's. Und das ist der leckerste Nudelsalat. Ich hab noch was vergessen. Öl und Essig fehlt ja noch. So sieht das Ganze jetzt aus. Der muss noch eben durchziehen. Und dann kann der auch gleich in den Kühlschrank. Ich muss hier noch das ganze Chaos beseitigen. Kann ich aber erst, wenn die Spülmaschine durch ist. Die habe ich nämlich vorhin erst angestellt. Und ich glaube, ich habe zu viel gemacht. Wir essen heute von und morgen mit fünf Personen. Aber morgen gibt es auch noch Kartoffelsalat, Fleisch und noch sämtliche Beilagen. Aber gut, besser zu viel als zu wenig. Wo ist denn Leni? Ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnte. Leni? Super. So, ich muss jetzt hier weiter. Ich bin hier all am rumdrömeln. Dann spiele ich wieder mit ihr. Dann spiele ich wieder mit dem Handy rum. Kommt hier nichts weiter. Aber jetzt. So. Ich muss noch die restlichen Geschenke einpacken. Und dann haben wir es. Meine Nägel mache ich heute nicht mehr. Das ist mir zu anstrengend. Dafür brauche ich echt richtig, richtig Zeit. Und da habe ich auch ehrlich gesagt jetzt keinen Bock mehr zu. Es ist nämlich mittlerweile schon wieder halb sieben gleich. Ich packe jetzt noch schnell die Geschenke ein. Dann habe ich soweit alles fertig. Ja, aber das mache ich im Schnelldurchlauf. Denn das wäre zu langweilig für euch. Das wäre zu langweilig für euch. Schmeckt der Nudelsalat? Habe ich gut gemacht. Und was wird das jetzt Leckeres? Lunch. Oh. Temptation. Udo, wie sieht es in dir im Moment aus? Was hast du gemacht? 3,50 Euro gekostet, glaube ich. Hallo. Hallo. Was war da heute Morgen? Erzähl uns das doch. Nee. Dass sie so eine Angst hat. Sie guckt immer zum Fenster hier hin, immer zur Terrassentür. Irgendwas war da. War da Graf Zahl? Nee, da war eine böse, freche Nachbarskatze. Vor dem hatte ich Angst, Graf Zahl. Du auch? Ihnen auch nicht. Ein Schokokeks? Zwei Schokokekse? Drei Schokokekse? Du, ich mochte da nie einen Arm oder Bein aus dem Bett raushängen lassen, weil ich dachte, Graf Zahl sitzt unterm Bett. Warum? Ja, das ist so ekelig. Wo stand denn jemals oder wo war denn meine Folge, dass Graf Zahl unter irgendeinem Bett gesessen hätte? Ich hab das immer gedacht, dass der nachts unterm Bett ist. Nein, wir packen das jetzt nicht. Das Geschenk kann ich euch ja im nächsten Vlog zeigen. Für heute ist hier... Für welchem nächsten Vlog? Morgen ist Weihnachten? Dann gibt's keinen Vlog. Ja, nach Weihnachten filmen wir doch weiter. Ach so. Aber Weihnachten filmen wir nicht. Ersten Weihnachtstag kriegen wir Besuch. Zweiten Weihnachtstag müssen wir arbeiten. Und dann würde ich sagen, kann es Montag erst wieder losgehen. So gelimpft. Ne? Gut. Dann sagen wir jetzt tschüss. Vielen Dank fürs Zugucken. Und dann bis zum nächsten Mal. Wie spät haben wir denn jetzt? 0.41 Uhr. Bist ja noch relativ früh dran, ne? Ja, ich hab jetzt Feierabend gemacht. Und jetzt können wir auch... Können ich hier auch runterkommen. Okay. So ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Ich wollte grad sagen, frohe Weihnachten. Aber das Video kommt ja nach Weihnachten. Frohe Weihnachten gehabt zu haben. Genau. Tschüss. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.